Was sagt die Anwältin? Das war der Psychiater, Sir. Leider musste er Paul einweisen. Also, in diese Geschichte mit Zack bin ich irgendwie reingestolpert. Aber es ist mehr daraus geworden, wieso bist du wirklich hier, Zack? Hab ich's vergessen. Als ihr euch je vorstellen könnt. Eine wie keine war 22. im Kino. Zwei Lager. Check in to another world. Taste a bending lager. Happy birthday to you. Otto hat Geburtstag. Und alle feiern mit. Feiern auch Sie mit und holen Sie sich den neuen Geburtstagskatalog. Jetzt am Kiosk. Ihr Name war Gina. Sie war eine Königin. Das konnte ich sehen. Sie liebte alles, was in war auf dieser Erde. Ich sagte, ich heiße Marc. Und das ist mein Bier. Schon hatte ich einen Stein bei ihrem Brett. Auf uns. Das einzig wahre Warsteiner. Warner Bros. präsentiert. West. Wild Wild West. Jim West. Er ist ein Mann des Gesetzes mit einem coolen Outfit und einer dicken Kanone. Will Smith. Kevin Kline. Wild Wild West. Vom Regisseur von Man in Black. Im Kino. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist das Zuhause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsner Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsner. Ein Radeberger. Der Traumsommer auf Pro7. Der Pro7-Sommer-Hip auf CD ist Toya Key von der Munze. Jetzt im Handel. Diese Woche auf Pro7. Brennpunkt Berlin. Die Chinesen-Mafia treibt am Dienstag ihr Unwesen. Uwe Ochsenknecht, Hannes Jennecke und Jennifer Nietzsch. Die Straßen von Berlin. Am Freitag sehen Sie Diana Frank und Sonny Melles. In einem Fernsehfilm der mörderischen Art. Insel der Furcht. Furchtbar spannend wird's auch am Samstag. Michael Douglas und Kathleen Turner auf der Jagd nach dem Jubel vom Niel. Und am Sonntag ist dann Fun angesagt. Ben Ackroyd und seine schrecklich galaktische Familie sind mitten unter uns. Die Coneheads. Diese Woche auf Pro7. Gute Unterhaltung. Also wann bekomme ich meine Sachen wieder? Sir, das dauert noch ein wenig, aber wir haben uns nett revanchiert. Ich hab die gesamte Sommergarderobe ihrer Frau beiseite shoppen lassen.